Servus Leute, wir sind heute bei Munika Schulbeach Cup. Richtig geile Matches schon, da geht's ab, Wetter, was will man mehr, Sonne scheint. Wir freuen uns jetzt noch auf die Finalpartien. Wetter passt perfekt, beim Spielen ist auch cool, geiler Tag. Was da blau nachher Profi Beach Volleyball Karriere? Nein, wir spielen schon brav. Wir spielen auch privat sehr brav. Schauen wir mal, was es hier gibt. Das ist ein Grand Slam. Genau.